Bulgarien braucht endlich eine vernünftige, zukunftsfähige Energiestrategie. Diese Strategie muss darauf zielen, die Energieversorgung sicherer und sauberer zu machen. Das bedeutet, dass sofort der verrückte Plan, im Erdbebengebiet von Belene ein Atomkraftwerk zu bauen, aufgegeben werden muss, und zwar endgültig. Das bedeutet auch, dass man auf den Neubau von Reaktoren in Kosloduy verzichten muss. Das bedeutet, dass man nicht den gefährlichen Umweg über Schiefergas gehen darf, sondern es bedeutet, man muss sofort einsteigen in eine erneuerbare Strategie. Mit erneuerbaren Energien schützt man nicht nur das Klima, man macht Energie auch erschwinglicher und man schafft ganz viele neue, zukunftsfähige Jobs. Wenn man zusätzlich dann noch geht auf Energieeinsparung und Effizienz, dann kommt Bulgarien dahin, wo wir es haben wollen. In eine gute wirtschaftliche Situation mit sehr vielen neuen Jobs im Energiesektor, im Bausektor, im Verkehrssektor. Das ist das, was wir Grünen als Teil unseres Green New Deals ansehen. Das ist das, was wir sehen.